Mir schwebte eine Figur vor, eine Frau, irgendwie habe ich nie daran gezweifelt, dass es eine Frau sein würde, die versucht ein guter Mensch zu sein und dadurch aber etwas tut, durch diesen Wunsch, dadurch etwas tut, was ganz und gar nicht gut ist, sondern für andere Menschen in die Bredouille bringt oder auch, wenn man es ganz pathetisch ausdrücken würde, ins Verderben bringt.